Der Uranpreis steigt wieder. Immer mehr Länder bauen neue Kernkraftwerke und es gibt auch eine neue Prognose von der World Nuclear Association. Demnach wird sich die Urannachfrage bis 2040 nochmal verdoppeln. Ist das ein guter Einstiegszeitpunkt für Uranaktien und wovon hängt das ab? Manche steigen ja auch aus der Kernenergie aus. Zum Beispiel wir. Hier der bayerische Ministerpräsident Söder und der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger, zurzeit ja einer von unseren populärsten Politikern. Beide stehen da bei der Grabrede für das letzte Kernkraftwerk ISA 2. Seit Franz Josef Strauß ist in Bayern nichts und niemand mehr so betrauert worden wie die Kernenergie. Und den übrigen Deutschen, denen geht es ja eigentlich ähnlich. In der Umfrage von Deutschlandtrend, da haben fast 60% der Befragten gesagt, sie sind gegen den Atomausstieg. Dass wir aussteigen, das war eigentlich 2011 schon klar. Da ist es beschlossen worden, nach Fukushima von der schwarz-gelben Regierung. Und Markus Söder, damals der bayerische Umweltminister, der hat damals sogar mit seinem Rücktritt gedroht, wenn dieser Ausstiegstermin 2022, wenn der nicht eingehalten wird. So ändern sich die Zeiten. Und Angela Merkel, die hätte das damals sicherlich nicht gemacht, wenn sie nicht ganz genau gewusst hätte auch, dass es die Leute auch so wollen. Denn auch das Wahlvolk ist eben wankelmütig und vergisst relativ schnell. Nur bei sowas wie der Kernenergie, da kann man eben leider nicht ständig aussteigen und dann wieder einsteigen. Aber klar, dass man jetzt im April da wirklich alles sofort abgeschalten hat. Ob das so klug war, das sei schon mal dahingestellt. In einer Zeit, in der ja sogar Greta Thunberg von Fridays for Future gesagt hat, das sei ein Fehler. Make Germany greater again. Und viele andere Länder, die machen es eben auch jetzt genau umgekehrt. Und darum haben wir jetzt auch wieder einen steigenden Uranpreis. Aber ganz kurz, schnell noch in eigener Sache. Ich mache ja hier jetzt schon seit einigen Jahren Videos. Und da habe ich jetzt drei Millionen Zugriffe überschritten. Und was macht man, wenn man so ein Ziel mal erreicht hat? Man fährt erst mal in Urlaub, muss auch mal sein. Und darum gibt es hier von mir am Donnerstag leider kein Video. Und am Montag, da habe ich dann aber einen mehr als würdigen Ersatz gefunden für Sie. Nämlich meinen Kollegen Erik Nebe von China to Invest. Er spricht dann hier über die Immobilienkrise in China. Nach wie vor ja ein brisantes Thema, das auch Auswirkungen haben kann, potenziell weit über China hinaus. Das sollten Sie nicht verpassen. Und abgesehen davon aber natürlich herzlichen Dank. Herzlichen Dank dafür, dass Sie sich drei Millionen Mal meine Videos angeschaut haben. Und dass Sie das dann ja auch oft begleitet haben mit Ihren Anregungen und mit Ihren Kommentaren. Und dann ohne Sie wäre das Ganze hier sinnlos, selbstverständlich. Und ich freue mich schon auf das, was wir in Zukunft noch erleben werden. Und in dem Zusammenhang natürlich auch mein Aufruf. Abonnieren Sie meinen Kanal. Das ist für mich eine großartige Unterstützung. Make Gerhard Heinrich great again. Beziehungsweise make him überhaupt mal great. Der Uranpreis, die letzten fünf Jahre, die Grafik ist von Trading Economics. Wir sehen, wie er jetzt immer mehr doch anzieht. Wie er schon vor dem Ukraine-Krieg ja stark gestiegen ist. Wie er zum Beginn vom Ukraine-Krieg dann auf neues langjähriges hochgesprungen ist auch. Dann wieder eine Korrektur. Das war aber bei vielen Rohstoffen so. Aber anders als bei den meisten anderen Rohstoffen ist Uran jetzt eben wieder hochgegangen. Und wir sind auch schon fast wieder auf dem Hoch von März 2022. Und hier haben wir auch das große Bild auf 25 Jahre. Es hat eine sagenhafte Rallye gegeben bei Uran bis 2008. Die ist dann in der Finanzkrise abgewürgt worden. Ab 2010 dann die Erholung. Und dann ist sie aber endgültig abgewürgt worden. 2011 durch Fukushima. Und danach ging es wirklich jahrelang abwärts. In der Spitze um 75 Prozent. Nur, wie es immer so ist, wenn bei einem Rohstoff die Preise stark fallen, jahrelang. Und wenn dadurch die Produzenten eben auch entmutigt werden und nicht mehr investieren. Dann geht es irgendwann mal auch wieder hoch. Der Uranmarkt war jetzt fünf Jahre in Folge unterversorgt. Er war im Defizit. Und jetzt gibt es außerdem oder gab es den Putsch noch in Niger. Wo ja fünf Prozent auch der Produktion herkommen. Und es hat eben, wie gesagt, auch neue Prognosen gegeben von der World Nuclear Association für den langfristigen Uranverbrauch. Und die sind im Vergleich zur letzten Prognose 2021 nochmal deutlich angehoben worden. Hier haben wir jeweils ein Basisszenario, ein pessimistisches Szenario und ein optimistisches Szenario von denen. Die alten sind die gestrichelten Linien und die neuen, das sind die durchgezogenen Linien. Und wir sehen, alle neuen Prognosen liegen zum Teil deutlich über den alten Prognosen. Und beim Basisszenario, die blaue Linie, da geht man bis 2040. Jetzt fanden halt eine Verdopplung der Nachfrage aus. Und im optimistischen Szenario sogar von einer Verdreifachung. Und so viel Uran gibt es natürlich zur Zeit gar nicht. Das überrascht Sie wahrscheinlich nicht. Sie sind wahrscheinlich auch schon lang investiert in Uranaktien, weil Sie meine Videos hier gesehen haben in den letzten Jahren. Ich habe ja hier schon vor zweieinhalb Jahren zum ersten Mal berichtet über die nukleare Renaissance, die gerade stattfindet. Sie haben es also kommen sehen. Sie haben entsprechend auch investiert. Und wie gesagt, zum Kanalabo geht es hier unten. Aber zur Auffrischung nochmal. Viele Länder setzen eben mehr denn je auf Kernenergie. Angeführt von China und anderen Ländern wie Indien, aber auch. Oder die Türkei, Südkorea, Russland. Und auch Frankreich zum Beispiel hat 14 neue Kernreaktoren angekündigt. Und Großbritannien sagt plötzlich, sie wollen in Zukunft 25% von ihrem gesamten Strom mit Atomkraft produzieren. Und speziell China, die haben eben bis 2035 eine Atomkraftkapazität angekündigt von 150 Gigawatt. Das heißt, in den nächsten zwölf Jahren ein Zubau von 100 Gigawatt oder 100.000 Megawatt. Und die Grafik hier ist vom Visual Capitalist. In welchen Ländern wird wie viel gebaut an Kernkraftwerken? Es tut sich einiges. Und ganz oben steht dann natürlich China. Und das ist nur das, was jetzt schon gebaut wird. Geplant ist eben noch einiges mehr. Und diese Grafik hier ist von Camico, der geschätzte, also einem der großen Uranproduzenten. Das ist der geschätzte Uranverbrauch, den die Kraftwerksbetreiber noch nicht abgedeckt haben durch entsprechende Lieferverträge. USA und nicht USA. Da wird noch einiges gebraucht bis 2040. Und das ist ebenfalls von Camico der geschätzte globale Stromverbrauch bis 2050. Die Prognose ist von der Internationalen Energieagentur von 2021 an, wäre das auch nochmal ein Anstieg um 75 Prozent. Und wahrscheinlich ist es aber auch noch zu niedrig geschätzt, weil der Stromverbrauch steigt ja sowieso ständig. Und wenn aber die großen Volkswirtschaften jetzt wirklich ernst machen, auch mit ihrer Klimapolitik, dann wird er ja noch viel stärker steigen. Weil ja alle Bereiche, wo heute noch Öl verbraucht werden oder Gas oder Kohle, das soll ja alles umgestellt werden auf Strom. Elektroautos zum Beispiel. Der Stromverbrauch, der zusätzliche, der wäre immens. Elektroheizungen, Wärmepumpen, Wasserstoff und für die Industrie und, 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 und. Und natürlich will man das ja eigentlich mit alternativen Energien produzieren. Aber es gibt eben viele Regierungen, die ganz offensichtlich der Meinung sind jetzt, wir brauchen jetzt jede nicht-fossile Energiequelle, die wir nur kriegen können. Also auch Kernenergie, allein schon wegen der Zuverlässigkeit, Grundlaststrom, den man eben immer hat, egal wie das Wetter auch ist. Und entsprechend sind auch die Uran-Aktien hochgezogen. Hier Yellow Cake zum Beispiel. Der Chart ist von TradingView. Yellow Cake betreibt keine Minen, sondern die halten physisches Uran. Und die Aktie hat natürlich vom steigenden Uranpreis profitiert. Camico, der größte westliche Produzent aus Kanada, der ist mittlerweile auch am Kraftwerksbauer Westinghaus beteiligt. Auch eine sehr gute Kursentwicklung. Paladin Energy aus Australien. Auch ein starker Anstieg die letzten Jahre. Ist meine Lieblings-Uran-Aktie, weil das wichtigste Projekt von Paladin ist nämlich in Namibia die Mine Langer Heinrich. Eine große Mine, die jetzt demnächst wieder in Produktion gehen soll. Und es gibt natürlich noch viele andere Uran-Aktien und sogar Katz Atompom. Auch die sind endlich jetzt angesprungen. Es ist da mit Abstand größte Uranproduzent der Welt aus Kasachstan. Die Anleger waren da immer vorsichtig, trotz gestiegenem Uranpreis, wegen der Zusammenarbeit mit Russland bei der Aufbereitung. War aber meiner Meinung nach übertrieben, weil es ist schwer vorstellbar, dass Katz Atompom jetzt mit Sanktionen belegt wird. Dann ist nämlich auch hier Schluss mit der Uranversorgung. Die Abhängigkeit von Russland bei der Aufbereitung von Uran, auch in den USA übrigens, das ist schon ein Thema auch für sich. Vielleicht können wir das hier auch mal machen oder vielleicht mache ich das mal, falls es jemanden interessieren sollte. Schreiben Sie mal gerne Ihre Kommentare drunter. Warum haben wir die Uran-Rallye? Erstens eben dieses strukturelle Defizit. Das gibt es aber bei anderen Rohstoffen auch. Aber ich habe es schon öfter gesagt, die Uran-Nachfrage ist eben auch konjunkturunabhängig. Und das war dieses Jahr ein Riesenvorteil. Und außerdem den Kraftwerksbetreiber, dem ist es fast völlig egal, was Uran kostet, weil die Kernkraftwerke, die sind so teuer im Bau, dass der Uranpreis da nicht großartig ins Gewicht fällt, wenn sie mal stehen, dann müssen sie laufen und die Nachfrage bleibt dann auch. Und darum, ich kann mir zwar vorstellen, dass Uran kurzfristig jetzt ein bisschen überhitzt ist. Ich gehe aber davon aus, dass wir doch in ein paar Jahren noch höhere Preise sehen werden oder in diesem Zeitraum. Und darum ist es immer noch ein sehr interessanter Sektor. Nur, man soll jetzt auch nicht übertrieben euphorisch sein. Warum? Warum? Der Nachfrageanstieg, der kommt langsam. Und es ist immer noch so, dass zum Beispiel Katz Atomkommen, dass die zur Zeit Produktion noch zurückhalten, um den Preis zu stützen. Und diese Produktion kann aber jederzeit zurückkommen auf den Markt. Danke Miko, die haben auch immer noch die riesige MacArthur River Mine, die kommt auch wahrscheinlich bald zurück. Paladin, die wollen Lange Heinrich in Betrieb nehmen demnächst und viele andere sind ja auch schon auf der Lauer mit ihren Projekten, dass der Uranpreis endlich mal steigt. Und wenn der Uranpreis hoch bleibt, dann haben wir wahrscheinlich in ein paar Jahren doch auch wieder ein deutlich höheres Angebot. Und dann das hier, Solarstrom für einen Cent die Kilowattstunde in den neuen Wüstenkraftwerken in Chile, in Saudi-Arabien, in Abu Dhabi. Das ist jetzt auch nicht mehr abwegig. Und wenn wir in Zukunft wirklich billigsten Solarstrom haben, en masse und dadurch vielleicht ja auch sowas wie bezahlbaren Wasserstoff für die Welt oder aber einen Durchbruch bei der Stromspeichertechnik, auch das ist möglich, dann ist Atomstrom vielleicht in zehn Jahren doch nicht mehr so interessant und die Regierungen denken doch auch wieder um. Weil Atomstrom ist ja auch schon heute nicht mehr wahnsinnig billig. Und die Grafik, die ist auch von der World Nuclear Association, die heute bestehenden Kernkraftwerke. Man sollte sich nämlich nicht immer nur die neuen anschauen, die noch kommen sollten, sondern auch mal die bestehenden. Der Großteil von denen ist gebaut worden in den 70er Jahren und 80er Jahren. Das heißt, die sind langsam uralt. Und es ist zwar schon geplant, dass man die jetzt noch Jahrzehnte weiterlaufen lässt, aber wenn es günstige, wirklich günstige Alternativen gibt, wie eben zum Beispiel billigsten Solarstrom, dann ist von der Seite auch möglich, dass da eben die nächsten 10, 20 Jahre doch wieder was wegfällt. Kennt jemand noch den Filmklassiker Gesprengte Ketten mit Steve McQueen? Amerikanische Offiziere, die ständig versuchen, dass sie ausbrechen aus einem deutschen Kriegsgefangenenlager. Das historische Vorbild von Steve McQueen, das war Alvin Vogtle. Später ist er dann Präsident geworden vom Stromkonzern Southern Company in den USA und man hat ihm zu Ehren dann auch ein Kernkraftwerk benannt. Aber wenn man sich den Gesichtsausdruck hier von der Dame anschaut, dann sieht man schon, es läuft nicht gut beim Vogtle-Kernkraftwerk. Vor allem nicht bei Block 3 und Block 4. 2009 sind sie genehmigt worden, jetzt 14 Jahre später ist Block 3 endlich mal fertig und die Kosten sind explodiert von 14 Milliarden Dollar auf über 30 Milliarden Dollar. Und das ist eben auch eine Realität bei der Kernenergie. Kostenexplosionen und immer längere Verfahren, zumindest hier in den westlichen Ländern. Es gibt jetzt auch neue Ansätze. Das hier zum Beispiel, das sieht aus wie eine neue, moderne, bayerische Bergkapelle. Gleich kommt da Aiwanger und Walze ein. In Wahrheit ist es aber der Entwurf von einem Mini-Atomkraftwerk von Oklo Energy, der Aurora-Reaktor. Oklo kommt demnächst auch an die Börse, aber Vorsicht, das hier ist die Aktie von New Scale Power, einem Wettbewerber von Okla. Letztes Jahr ist sie hochgesprungen bei der ganzen Begeisterung, aber seitdem geht es auch wieder steil abwärts. Und es gibt da auch noch mehr Anbieter von Mini-Reaktoren. Hitachi plant sowas, Rolls Royce, Terra Power von Bill Gates und auch Westinghouse. Das Ganze wird in den USA auch gefördert wie verrückt, aber die Genehmigungen, die dauern da jetzt auch schon wieder jahrelang und es passiert kaum was. Und ein Problem ist eben auch ein Aurora-Reaktor zum Beispiel, der hat nur eine Leistung von 1,5 Megawatt. Das heißt, man braucht schon drei bis vier davon, wenn man ein großes Windkraftwerk damit ersetzen will an Land und man braucht sogar zehn, wenn man ein Offshore-Windkraftwerk damit ersetzen will. Und darum bin ich schon ein bisschen skeptisch, was diese neuen Reaktoren betrifft, dass da der große Durchbruch kommt für die Kernenergie. Da glaube ich schon eher an die Großkraftwerke in China, in Indien, in der Türkei und so weiter. Die werden das wahrscheinlich durchziehen. Alles in allem, Uran ist kein Exotenthema mehr, sondern es ist ein wichtiges, ernsthaftes Anlagethema geworden. Und ich gehe auch, wie gesagt, davon aus, dass wir innerhalb der nächsten Jahre noch höhere Uranpreise sehen werden. Ich war nur eben kurzfristig vor zu viel Begeisterung. Und mittelfristig wird man aber aufmerksam beobachten müssen als Anleger, wie sich eben auch die anderen Energieträger dann entwickeln und ob sich da eben auch was Neues tut. Aber eins ist klar, auch in Zukunft gibt es nicht nur KI und Bitcoin-Mining auf der Welt, sondern es gibt nach wie vor eben auch die Frage, wo die ganze Energie herkommen soll, mit der man das alles dann betreiben wird. Und mit allen digitalen Späßchen, die wir uns ausgedacht haben. Aber das Problem hat man damit bis jetzt noch nicht wegzaubern können. Energie bleibt ein existenzielles Thema auch in Zukunft und wird uns hier auch noch viel beschäftigen. Aber erst mal hier nächste Woche Erik Nebel mit seinem Gastbeitrag zum wichtigen Thema Immobilienkrise in China. Das sollten Sie auf gar keinen Fall verpassen. Und ich bin dann mal weg. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dahin alles Gute für Sie. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin alles Gute für Sie.